Hallo, herzlich willkommen zu eurem neuen Video in unserer Fusion Grundlagertutorial-Reihe. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier mit Blechen so ein Turbinerrad erstellen können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, los geht's, wir machen eine neue Konstruktion. Ja, und bevor wir jetzt irgendwie anfangen mit unserer Skizze, brauchen wir zwei Helixe oder zwei Spirale. Dazu gehen wir hier mal auf die Grundfläche und ziehen uns hier mal jetzt einfach so einen Kreis auf. So, dann können wir hier mal den Durchmesser einstellen, den machen wir hier auf 30 mm. Wir wollen keine ganze Umdrehung, sondern nur 0,2. Und die Höhe soll sein, gehen wir mal auf 60 mm. Und dann können wir hier noch ein bisschen in dem Dreieck hier spielen. Wir wollen hier ein Dreieck, weil wir hier genau die Kante haben wollen. Und dann können wir uns hier mal anschauen, wenn wir das nach innen versetzen, haben wir hier die Außenkante. Deswegen gehen wir hier auf die Außenkante. Und die Schnittgröße machen wir mal auch kleiner, da gehen wir mal auf 3 mm. So, das ist jetzt praktisch hier unser Spline für die innere Form von unserem Turbinenblatt. Da können wir das auf OK setzen. So, rechte Maustaste, gehen wir über das Kontextmenü, machen wir genau das gleiche nochmal. Fangen wir uns hier auch wieder einen Punkt. Hier gehen wir mal raus auf, sagen wir mal, einen Durchmesser von 100 mm. Die Höhe war 60 mm. Und die Umdrehung machen wir mal jetzt mit 0,2. Und Dreieck und Außen bleibt gleich. Und hier machen wir auch nochmal 3 mm. Und dann sehen wir, dass wir hier Außen eine größere Steigung haben wie innen. So, dann sagen wir hier auch OK. Dann erstellen wir uns eine neue Skizze. Ich wähle hier wieder die Grundfläche aus. Wichtig ist, dass wir jetzt hier bei der Skizze sagen, dass es eine 3D-Skizze ist. So, dann können wir hier die, sagen wir jetzt dann hier im Bereich Ersteller, auf Projizierer, Einschließer, 3D-Geometrie einbeziehen. Und ich wähle einfach mal, dass ich hier besser die Kante auswählen kann. Dann gehe ich hier mal in die 3D-Ansicht und wähle mal praktisch jetzt hier von meinem Dreieck die innere Kante aus. Das ist die. Ich wähle die aus. Einfach mit Return bestätigen. Dann können wir mal zur Überprüfung, können wir hier kurz die Körper abschalten. Und dann sehe ich, dass ich hier zwei lilafarbene Linien habe. Das sind jetzt von den Dreiecken die projizierte Kurve in der 3D-Skizze. Also können wir die mal wieder einschalten. Wir können die mal ausschaltet lassen. So, und jetzt machen wir hier entsprechend noch unsere Wölbung von unserem Turbineblatt. Das machen wir mit dem Spline. Ich fange mal beim Ende von unserem Turbinerrad an. Einfach mal drei Punkte für den Spline setze. Mit Return bestätigen. Und das machen wir dann das gleiche hier oben auch noch. So, hier den Punkt fangen. Wir sind hier an der Aufsichtsebene. Und dann können wir hier auch den Punkt fangen. So, wenn wir jetzt beide Splines markieren, können wir uns hier entsprechend den Krümmungskamm einschalten. Und dann können wir hier dann auch entsprechend auch jetzt das anpassen. Gehen wir noch mit OK raus. Und wenn ich jetzt hier dann den Spline-Punkt fange, kann ich hier dann auch schön eine Krümmung einstellen. Und man soll dann natürlich dann den Spline nicht so verschieben. Also machen wir das Ganze nochmal rückgängig. So. Und dann verschieben wir den jetzt hier vorsichtig zurück. Dass der hier nicht ganz so stark gewölbt ist, sondern passt das. Können wir die Skizze fertigstellen. Und jetzt gehen wir hier in den Fläche-Bereich. Wechseln wir den Fläche-Bereich rüber. Gehen auf Versteller. Und suchen uns hier die Funktion Erhebung aus. Und wenn wir jetzt hier unsere Erhebung machen, man fängt zuerst mit den Profilen an. Das sind natürlich jetzt hier unsere zwei Splines. Also hier wählen wir den ersten Spline aus. Dann den zweiten Spline. So, dann müssen wir natürlich hier unseren Körper nochmal sichtbar stellen. Jetzt sehen wir hier schon mal, dass wir hier entsprechend eine Fläche bekommen. Und wir schalten auch die zwei Körper mal ab. Und jetzt machen wir hier noch die Verlaufsführungen mit dazu. Da ist wichtig, was habe ich hier einen Verlaufstyp? Ich habe keine mittlere Linie, sondern ich gehe hier über die Kante nachher. Also ist das richtig aktiviert. So, dann wählen wir hier mal die innere Kante aus. Dann wird dann hier unsere Fläche entsprechend angepasst. Und dann wähle ich einfach die nächste aus. Und jetzt habe ich hier schon entsprechend schön meine Turbine-Blattfläche erstellt. So, da können wir gleich mal unser Neon-Grün zuweisen. Und jetzt müssen wir hier die Fläche, die Oberfläche nur noch verdicken. Also gehen wir in den Bereich Ersteller, wählen hier dann aus, verdicken. So, ich wähle die Fläche aus. Und ich möchte hier das auf eine Stärke von 0,6 symmetrisch haben in beide Richtungen. Das haben wir OK. Können wir nochmal kurz die Grün zuweisen. So, und dann haben wir jetzt hier entsprechend schon mal unser Turbine-Blatt. Das ist jetzt auch ein Volumenkörper. Das heißt, wir können jetzt hier den Volumenkörper nachträglich nochmal bearbeiten. Ich möchte hier die Außenkante ein bisschen abrunden. So eine ganz so scharf kann ich seit 3 Millimeter oder 5 Millimeter Radius ranmachen. Da haben wir OK. So, und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch hier entsprechend rotieren. Also gehen wir hier auf unsere rechteckige Anordnung, wählen hier als Typ die runde Anordnung aus. Dann unseren Körper. Ich müsste jetzt hier noch eine Achse auswählen. So, das ist hier meine entsprechende Achse. So, und dann sagen wir hier, das machen wir jetzt mal 5 Mal. Dann haben wir jetzt hier schon entsprechend unsere Turbine-Blatt-Anordnung. Und jetzt müssen wir die nur noch miteinander verbinden. Also machen wir eine neue Skizze hier wieder unten auf der Grundfläche. So, ich mache mir mal hier einen Kreis, einen inneren Kreis für meine Welle. So, dann noch mal das Kreiswerkzeug. Kann man auch Tastenkomponente mit C wählen. Wichtig ist jetzt hier, dass ich praktisch in mein Propellerblatt reingehe, damit der Körper dann entsprechend verbunden wird. Und wir brauchen hier noch eine Keil. Wir machen hier noch so eine kleine Keilnut rein. Also zeichnen wir uns hier gerade mal kurz eine Mittellinie an. Mit X, das ist eine Konstruktionslinie, umwandeln. Und wenn man hat das jetzt hier mit einem Rechteck, mit einem Mittelpunktrechteck, zeichnen wir einfach mal so hier rein und ziehen hier so ein kleines Rechteck auf. So, hat er auch schon richtig erkannt. Das ist hier so eine Fläche. Und die ganze Fläche extradieren wir jetzt einfach nach oben. So, gehen wir hier mal auf 70 Millimeter. Aber nicht ausschneiden, sondern wir möchten das gerne miteinander verbinden. Und unten möchten wir auch noch eine saubere Auflagefläche haben. Also gehen wir auf zwei Seiten. Und ich setze dann hier unten mal nochmal 5 oder 4 Millimeter ran. So, und dann haben wir entsprechend jetzt hier unser Turbineblatt gemacht. Können wir hier dann entsprechend auch noch die Radie anbringen. Ich mache es jetzt mal nur bei einem Rotorblatt. Ein Millimeter. Und dann können wir das entsprechend hier dann auch schön verrunden. Ja, so schnell und einfach können wir hier so ein Blatt machen. Oder so ein Turbineblatt machen, dass wir nachträglich jederzeit hier noch die Steigung einstellen können. Oder auch hier das Profil. Indem wir hier entsprechend dann in die Helix reingehen. Rechte Maustaste. Element bearbeiten. Können wir hier nochmal die Steigung einstellen. Also sprich hier den Anstellwinkel. Oder wir können auch, wenn wir hier in die entsprechende Skizze reingehen, können wir hier dann nochmal über unsere zwei Splines mit dem Krümmungsradius, können wir hier dann heute auch nochmal die Wölbung von dem Blatt einstellen. Natürlich immer nur eine gewisse Grenze. Und wenn wir dann aus der entsprechenden Funktion rausgehen, wird es dann auch gleich in unserem Volumenmodell übernommen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.